Jetzt hat es tatsächlich geschneit heute Nacht. Glaubst du ja nicht. Aber die Sonne scheint schon wieder. 60 Grad. Hat das? Nein. Machen wir mal einen Kaffee. Gescheiter Kaffee. So, jetzt gehen wir einkaufen. Gut, dass die schließt immer schön alles ab. Da habe ich extra müssen das Schloss kaufen. Gut. Jetzt fahren wir nämlich mit dem Auto. Weil wir müssen Wasser einkaufen. Das sind schön Bremsen angerostet. Ah ja. So eine kleine Spritztour. So sieht ich die. Also das Denkmal haben sie auch neu gemacht da. Guck da. Die Maria. Einen Spar gibt es hier. Kaufen manchmal einen. Jetzt machen wir mal eine gescheite georgische Musik rein. Dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das sind alte Autos aus Deutschland, Frankreich oder Amiland. Jedes zweite Auto hat keine Zustände. Das sind die Bucke. Das sind die Bucke. Ja, das sind die Chichilaki, das kaufen wir jetzt, aber auf der anderen Seite, drehen wir jetzt um. Chichilaki heißen die, da haben sie wieder welche geschnitzt, das ist so ein geschnitztes, da sind wir richtig mein Freund, aber da darf ich jetzt wieder nicht rechts fahren. Scheiße, ja gut. Scheiße, das ist die Polizei. Junge, hier geht's ab, Mann. So, ein Parkplatz haben wir gefunden. Wunderbar. Geil, da siehst du gar nichts zu hell ist das. Hier ist der Suster. Jetzt gehen wir Chichilaki kaufen. Tür ist der Suster. Aber sie sind hier drin. Da hier, da sind sie. Das sind georgische Weihnachtsbäume. Das ist aus Haselnus. Das ist so rausgeschnitzt. Da ist alles voll. Ich lache. Du kriegst Baumschmuck, wenn du brauchst. Jetzt haben wir uns ein Hühnchen gekauft. Jetzt ist meine Hühnchenkäuferin. Jetzt gehen wir noch Salat kaufen. Ich habe jetzt die Zeit für bitch. Da ist eine Ehe. Denn 저는 ist ein Hühner und fühle mich aus. ich brauche hier noch kaffee das ist meine kaffeefrau hier da gibt es arabica ich glaube der da ist es oder der ich weiß nicht jetzt ist sie gar noch da egal müssen wir warten kaffeefrau ist nicht da gehen wir so lange schnell kürzen kauft da vorne hier gibt es kürzen sie verkauft man solche jetzt haben wir alles kaffee glühbirnen jetzt brauchen wir noch knofi habe immer noch keinen knofi und nüsse es ist alles sekundär jetzt ist sie da guck so so Das war's für heute. Es braucht noch einen Ingwer, den gibt es da drüben, bei einem Ingwermann. So, jetzt haben wir die zweite Fuhre, alles dabei, Ingwer, Knufi habe jetzt immer noch keinen, aber den kauf ich jetzt, und hier ist die Chi-Chi-Laki, guck, den haben wir jetzt auch gekauft, ja, ja, so Chi-Chi-Laki, ja, da muss er neu, gut ist, jetzt fahren wir zu meinem Lieblings-Supermarkt, da kauf ich noch ein paar Nüsse, da ist eine Waschmaschine dabei da, ah ja, das hat er gut gemacht, warte, das ist meine Bank, tbc.com, Online-Banking, Kreditkarte, alles, das ist funktioniert da immer frei, deutschsprachiges Personal sogar haben die da, ja, ja, der parkt hier jetzt, glaub, so, da sind wir, siehst du. So sieht das aus hier, die kriegst du auch so, das sind meine Lieblings-Ding, Jack Attack, alles kriegst du. So, dann sind wir wieder daheim, das ist okay, weißt du, das hat man so rausgeschnitzt irgendwie, jetzt ist das ein ganzer Ding, da sieht man es, das haben die mit dem Messer so rausgemacht, das ist so ein geiles Teil, da konnte ich nicht widerstehen, den ein bisschen herrichten, so, gucken wir mal, Waschmaschine ist auch durch, 6 Grad, Hotash. So, gucken wir mal, was der Nachbar macht, für den ist alles gut, Lupperschaft. Ah ja. Gut. So, dann tun wir hier aufräumen, die ganzen Einkäufe. so, jetzt drehen wir das Bild wieder rein, damit es reinpasst. Gut. So, jetzt ein bisschen, da haben wir alles, Petersilie, Granatäpfel, Paprika, Mandarina, Salat, Zitrona, Dekalé ist auch wieder dabei, Äpfel, Ingwer, Gnoffi, jetzt haben wir alles. Jetzt können wir kochen. So, das ist ein paar Gase von Le Brandau, ja, ja, das ist super. Jetzt haben wir ihn da hergestellt, den Chichilaki, da noch ein paar Katze anzünden. So, dann hat man mal das Kotzleher, für die Zuschauer. Ja, das ist ganz gut. So, der Le, ja, der ist dann auch so weit. Ja, ja. Drahtrecht, mitgekommen. Zunächst mal habe ich niemanden hier verschickt, und zwar habe ich mich noch nie von auseinandersetzen und da kann ich Omelette mit Zucker nicht rausstehen, da kriege ich immer so einen Zuckerbrennach. Oh, egal, aber mit Potsen. Der Chichilaki ist auch dabei. Da geht es gleich los. Bam, ja, ja, gut. Frohe Weihnachten, ihr Schwurbler.